Ich denke, in Zukunft wird es notwendig sein, dass wir ein bisschen intelligenter wohnen, sprich, dass wir jene Flächen, die uns sehr wichtig sind, dass wir da die Größe beibehalten, aber andere Flächen, die wir vielleicht weniger dringend brauchen oder die uns weniger wertvoll erscheinen, dass wir die vielleicht gemeinsam teilen, vielleicht im Waschraum, Abstellräume und so, dass wir da ein bisschen mehr den Kopf einschalten und weniger ausgeben müssen, die Wohnungen leistbar bleiben. Untertitelung des ZDF für funk, 2017